Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2 wir stecken immer noch in der Rettensicht in Folge 9 10 10 überzeugen sie davon zu sich zu kommen zu sich und zu kommen ja ihr wisst was meines Erachtens jetzt habe ich euch übergeben und wir können uns erst mal ausrüsten und zwar Schepardt auswählen das Präzisionsgewehr bei bei ihr Schnellfaller Militärpräzisionsgewehr Frust ist als Überstürzies und tödliche und der bei den Federn Toren und dort Tüter bis aus Berlin E.A. ich lese jetzt nicht komplett vor ich komme ganz was runter wer es lesen würde macht einfach die Prozertanz ich möchte aber durch die Schwere Pistole aus den Raketen genauer der Raketenwerfer wollte ich mal ändern in den Granatwerfer habe ich noch nie benutzt um möchte ich euch aber auch mal zeigen mit dem kann man Granaten werfen an neuen Berichter und Popp ist zu gehalten auch natürlich kann man mit dem Granatenwerfen weil es der ja aber ich möchte mal gern nutzen und hier guckt euch es an ich hatte es mal kurz still die Hintergrund bewegt sich überall Bewegung das Leben in dieser Stadt ja es ist nicht einfach nur ein Bild es ist wirklich Leben das war langsames Leben was so langsam überforscht und wir können auch mal heranzuhen wird leider nicht schärfer ist zu weit weg aber überall hier ist Leben und ich finde es toll ist es geil aber genug von Leben geredet denn jetzt werden wir wieder leben nämlich ganz schnell und ganz erbarmungslos so einmal die fünf und dann mal die sechs 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 ganz schön und zahle ich dann sein kann man das ja so drei Schuss so drei Schuss normale Einheiten Einheiten ohne Barriere sie hat eine Barriere an die jetzt ein bisschen wegbrutzelt die sich das ist meine Maschinen gewährten heute das ist mein Maschinen gewährte Kiki Kiki Krik und Schuss das ist das war ja mein ich habe sie endlich ja ich habe sie schon mal in einem anderen Video gesehen hatte gedacht möchte ich haben jetzt habe ich sie uns hat auch Ewigkeiten dort besitzen bekommen habe so dann überblicken wir doch erstmal diese wunderschöne Wolke ja wie sie sehen wir haben einen links trall gleich zu befürchten das heißt wir müssen uns als rechts halten was ich mir nicht gewährt was haben wir hier erstmal wir haben eine Maschinenpistole mehr Schaden wir haben mehr die Kippen wir brauchen eigentlich und 12.000 Euro ja das nehmen wir definitiv mit äh schön schön ja da ist Nummer 2 wo es Nummer 3 kommt da ist Nummer 3 12.000 Credits ah wir gehen als reicher gemachter Mann aus dieser Müssen definitiv wir wurden entdeckt doch nein echt hätte ich jetzt nicht erwartet drücken wir doch einfach mal die 8 10 ich werfe sie um so warum hab ich das so gemacht ganz einfach weil ich da oben kann aber niemand überquert diese Brücke wohl ich tja hast du dir wohl so gedacht in der einen Sekunde hast du noch gelebt und der anderen nicht mehr und ich sehe schon wieder ich hab die düspapte Munition wieder nicht und ich weiß nicht warum so jetzt bin ich mal gespannt wie das hier abläuft mit dem Wind ich habe ja die Befürchtung dass er uns echt so nach links drängt wenn ich jetzt dann lang laufe nein tut er nicht okay wir sind schwer genug und ich habe euch jetzt aber Glück gehabt sie drücken nochmal und da kriegt wieder jemand ein Kind ja du scheiße krieg ich die ausgeschalten nein krieg ich nicht boah gut äh aber ich hab euch ja versprochen ich bin muss bei den Granatwärter von der Freude ich hab mir das was für dich boah was du willst aufstehen ja die Granatwärter scheinen hier doch relativ nützlich zu sein Aua ich sag Aua bevor ich überhaupt einen Schuss reingekriegt habe ja haha geil nein es war kein Leck bei euch au 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 jetzt bleiben wir mal kurz hinter und schmeißen uns mal einen Medipack ein achso da müssen wir uns schon direkt zu tun Zabam Zabam hat's gemacht so aber jetzt brauche ich wieder das Sniper denn wir tarnen uns und sprinten 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 gut hat nur Schilde so und mal 1 ist weg mal 2 hatte ich schon gerade erledigt hatte ich nichts mehr ähm hallo ducken du sitzt da hinter mhm der ist einfach mal zwischendurch der Meinung ich höre mich auf zu ducken bis dort der munition muss ich jetzt mal ganz kurz warten kann man auch sagen dass ich es angelegt habe ja aber es ist jetzt Ruhe da kriegt dein Kind woanders ist ja schlimm solange dies ein geiler Arsch ist könnte die jetzt einfach mal verringen ja geht doch war das jetzt Tali mit hier wenn ja Tali yeah geile Sache Tali wir haben die Brücke überquert juhu das heißt schicke Verstärkung nein das heißt die schicke Verstärkung das heißt das ach nur eine einzelne na gut ja bringe ja was machst du wenn du so viele Kugeln abkriegst ja direkt auf den Arsch genau und wir schießen auch direkt auf den Arsch neun mal was so meine Lieben ja es wird euch wahrscheinlich auch mit der Aufnahme hat den einen ganz simplen ganz einfachen Grund und ich habe ein Bluestem bekommen und dann war vorbei ja eine Aufnahme komplett zerstört so ich hoffe es passiert diesmal nicht deswegen werde ich jetzt vorsichtshalber nochmal speichern und ihr seht wir haben mittlerweile schon 17 eineinhalb Stunden gespielt wovon glaube ich lass mich lügen eine halbe Stunde offline war der Rest habt ihr alles miterlebt ja also jeder der das hier schon guckt ihr habt schon von mir fast einen am Tag bei diesem Spiel zugeguckt ja noch nicht ganz also es fehlt noch ein bisschen was aber danke an euch und ihr seid krank warten sie bevor sie mich töten wüsste ich gerne wer sie angeheuert hat ja dann sag du es mir doch mal bitte aber das machen wir erst in der nächsten Folge ja denn ich hoffe dass es diesmal nicht abstürzt deswegen mache ich jetzt erstmal schon mal ein Ende und wenn es nicht abstürzt dann seht ihr es in der nächsten Folge ich bin der Loth1986 wir spielen Mass Effect 2 bis gleich